willkommen zu einer weiteren folge von ept mit fuba und schnorrer heute call of duty modern warfare 2 wir müssen wieder mal ein bisschen heimlich touerei machen was müssen wir uns verstecken im strahlungsgebiet getarnt weil ich die auch uns in ihr wieso das ist ein normaler hau wuchs hau wuchs nur wuchs und los tun wir es die märkte er wenn du zu viel abkürzt bist du bankrotten dann pass auf recht zu ihr recht und ihr recht zu ihr in den lind was oder wochen wo es mir rechts und mit dem Tod ich höre was ja da also ich kann den rechten den aber der hat mich gesehen warum hast du den beschossen ich war noch nicht so weit ja weil er mich gesehen hat jetzt mal wartet jetzt gesagt pause der ist weggelaufen wie siehst du was irgendwer hat mich gerade hier kalt erwischt da im gras liegt einer vor uns ich sehe nicht er liegt hier oder wir haben auch keine mini map ne oder hast du ihn oder hinten oh scheiße oder hat er sich gerade in dem ich habe nicht gesehen hast du ihn die legen sich hin die sind doch die legen sich da hin jetzt wurde er zweimal gehittet da ist er ja da sind zwei links ist auch noch einer wenn die sie hinschmeißen du siehst echt nichts ja und die sind ich das voll beschraubt dach doch wenigstens oder ja ich wollte ich habe ihn doch gerade gesehen da schießt er mich an der perna hat der steht da immer noch ich bin tot ich dachte du hast du recht zu nein ich habe ihn gesehen ach so neu weil den links habe ich jetzt da ist er gewesen ich hatte auf jeden fall irgendwas gesagt du hast ihn abgeschossen hoffe ich ich habe einfach gerade wohl reingeschossen wir kommen bestimmt noch mehr naja ich gehe ja mal zu den Panzern Pancha das ist auch komisch aber es ruckelt gerade irgendwie so komisch bei mir ist alles I.O Lüpp 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 so vorwärts vorwärts pass auf die Schilder auf ne das ist oh links 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 ich bin weit von dir weg oh oh ich glaube der hat mich gerade auch ich habe mich nicht gesehen wo er war ich habe mich nicht gesehen ich habe mich nicht gesehen ich hätte sie sehen ich hätte sie sehen naja wo ist er rechts von mir irgendwie du musst vor dir sein einen habe ich aber da sitzt noch ein zweiter und wo sitzt da noch ein zweiter und wo links nehmen wir den berg hier da vor mir oh wieso kann der schneller schießen kappen ich frage mich gerade wenn das bei schernobyl sein soll warum hier so viel noch einer stehen wo bist du eigentlich hinter dir gerade ja und wo hier links neben mir muss noch einer sein hinter dem hügel oder oder wo ist denn der alter alter ihr und wo von hinten da läuft das steht da ich sehe nicht hast du ne das hat sich nie geworfen der im bus hinten oder wo du wirfst da jetzt keine granate oder ich habe ja hofft da wir sollen hier leise bericht auf habe ich gedacht vielleicht habe ich noch erwischt wo ist denn der hin vielleicht ist er tot ich habe auch nicht gehört dass er so gemacht hat oder so der muss endlich da da ist er pass auf ja wo ach da vor mir ich habe einen an den arsch geschossen ne alter wieso haben wir den denn nicht gesehen ey ach so ach den sieht man ja echt total schnell guck mal seine leiche an ey da siehst du gar nicht ey die sind doch komplett detaar alter ja so sehen wir doch auch aus ja deswegen aber das sind halt ja wenn wir jetzt so jedoch gehen dann sind die uns natürlich durch die bewegungen ich guck mal ins haus gerade wenn du jetzt wenn du jetzt hier stehst wenn du hier rum stehst ist es einfacher vielleicht sollten wir lieber rechts durch den wald wäre auch ne idee gewesen jetzt machen können ich meine rüber zu vor uns da ist noch mehr da wo diese schilder kommen da kommt mit gekriegt da ist in einer küche zack der stone ich glaube da war noch das noch mehr ja down ziel neutralisiert da schießt aber noch was Appen bin leer geschossen das brauchst bestimmt schon Musik ist auch schon wieder weg wir haben jetzt schon das nächste Ziel bis hierhin sollten wir und jetzt sollen wir noch weiterlaufen ach so bin leer geschossen da ist noch in einer küche ich hab das schnell gehört die sind hier bei mir die sind hier bei mir hinten beim anderen gebäude auch noch mehr kommen zwei mann einer der anderen sich andere auch den anderen heißen hast du der hat mich auch mit ballern junge ja dann sind da noch drei hinter der tonne so dass da und granate okay ich glaube das war's ich guck mir mal die statu an hat die statu hm wenn wir rumpelt sitzen und wie ich weiß auch nicht mit dem das da bei dir so komische rumpelte und weil du so wenig upload hast geh doch mal weiter ja geh doch weiter junge alter ihr merkste was nö dumm in dem gebäude vor uns ja also vier habe ich einer ist noch auf jeden fall weitergekommen vor dem haus sind hier noch welche ich glaub zwei müssten es sein oh ein habe ich noch da sind ja richtig das ist aber hier nichts mit diesem ne oh scheiße das noch wieder einer ein ein sniper ich glaube er ist tot bin mir aber nicht sicher ja ich habe auch noch mal getroffen ich habe nur noch 18 schuss doch 24 oh scheiße von links von links an den baum ah ja ich hab sie hört aber da ist jetzt das ziel weil da ist ja die grüne die grüne Rauch die grüne Rauch die grüne Rauch die grüne Rauch jetzt schlägt 11 aber dann kannst du das eigentlich noch nicht gespielt haben ich merke dass ich doch eigentlich die Errungenschaften ne das sag ich hier nicht ach schon so vorstoß und sichern schwer toll oh oh ich weiß ja ob ich das schon mal gespielt habe hier aber kann man normalerweise merkt kann ja auch sein dass die Errungenschaften erst und dann später so hört das kann ja sein waschen sie durch die vorhandelische Verteidigung in den Wunock ein und dann kommen sie toll vorlesen ja verstehst du du ja ist ja auch auf Deutsch ne sonst wär schwierig ne ja ja geht so ab du ne so jetzt aber mal was lebst du denn da was lebst du auch wieder diese Scheiß Shotgun hier immer nee dieser Shotgun das ist doch eine normale MG was denn das was blinken hier ja aber bloß so ein Zingel achso jetzt mach ich die Wand kaputt hä ich hab hier schon die Wut oh und dabei schießen oh doch die hab ich schon mal gespielt oh die ist richtig toll wir kommen nicht mal mehr zurück die kommen auch von oben denn ne von oben ach so da ja du siehst immer die die wenn die roten Dinger kommen ich glaub vor uns ist jetzt sauber ok oben oben oh shit oh hier oben auf der ich dachte du hast die links ich hab hier oben noch ja gegen gemacht ich hab die rechte Seite schon ich hab die ganze Zeit komm hier weggeballert also einer ist glaub ich noch links oben ich bin geblendet ich bin geblendet ich seh grad nichts in meiner Schönheit ey da ist auch noch rechts oben wir sind eben laut Punkt oh aber scheiße ja rechts ist irgendwo oh man und da unten war nur eine ja jetzt nimm dir weil du auf meine Seite mit gekommen wirst aber du musst noch habner 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 erwischt ach so sag doch was hier da ist ja auch ein abverlangen da wird die spawnen hier immer wieder links oben ist auf jeden weiner bei dir auch rechts auch wieder schon wieder oh mit mit Schild kommen die hier werft werft zu mir eine granate ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße was lol die haben hier so'n Schild also ich muss ich muss von wo von hinten sind die auch noch irgendwie naja die kommen von oben vor dir steht genau hier einer mit nem Schild pass auf ey der Schild oh nein der stand genau gerade im eigenen hier scheiße komm mach gleich erneut das ist ja geil hier sind noch andere reviere der nehm ich jetzt deins nicht hä jetzt hab ich hier oh ok was denn hä hat ach so das warst du ready jo ach so da geht's ja durch ich ja ich bin links oben dabei ja ich bin links oben dabei oh scheiße ich bin hier blendet granate man kann hier zurück werfen das ist ja geil unten kommt einer wieder durch links ist immer noch einer sehen aber grad nicht ja die kommen immer wieder oben ja komm mal ein stück weiter vor ja du siehst doch wo wenn wenn diese roten lichter oben kommen ja hier kommen jetzt die mit den Schildern oh oh der kommt genau vor mich scheiße der schlägt mich die sau oh geil links oben hier wie schieße ich denn jetzt ach so ja gar nicht du hast jetzt du könntest nur mit der Pistole das ist natürlich klug oh oh granate jetzt hab ich mir ihn jetzt zurückgeworfen zwar nicht gerade schlau aber gut shit ich komm zu dir wo schießt du hin ach da hinter dir kommt welche kann ich leider nicht ändern wieso lässt du denn weg von mir so ich muss mir einfach mit wechseln hier du musst aber mal weiter weil die kommen da wo auch wieder rechts ist auch noch einer da links oben den jetzt erstmal da weg so ich geh jetzt hier mal weiter pass auf da ist wieder einer zwei oben ja die machst du doch wenn ich's mehr treffen würde die schlafen ist ja gerade nach weg toll und weiter und weiter das war schon ne nein so jetzt ist doch warte auf anderen spieler wo ist so erfolgreich ja ja gut spitze bedanke mich spitze bedanke mich tschüss 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 tschüss